Mein Name ist Denia Schüppach, ich bin medizinische Praxisassistentin, schon seit fünf Jahren. Ich habe nicht zu früh beim Herrn Dr. Bessler angefangen und habe mich schon mega ins Team eingelebt. Bei einer Nasenoperation braucht es viel Vertrauen in Arzten sowie auch ins Team und das ist genau das, was wir Ihnen bieten können.